Mehr Bewerber mit Recruiting-Videos. So geht's. Teure Stellenausschreibungen, wachsende Konkurrenz. Im Kampf um die besten Bewerber geht es vor allem um Aufmerksamkeit. Und die Vermittlung eines guten Gefühls. Unser Artikel zeigt, wie Ihnen Recruiting-Videos dabei helfen. In diesem Artikel lernen Sie, wie Ihnen der Einsatz von Videos beim Recruiting hilft, passende Arbeitnehmer für Ihr Unternehmen zu finden. Wie cleveres Videomarketing Ihr Employer-Branding beflügelt. Und warum Videos helfen, nicht nur mehr Jobinteressenten anzusprechen, sondern auch die richtigen. Frage. Wie schnell füllen Sie offene Positionen im Unternehmen? Seit 2011 ist die Zeit, die es dauert, um eine Position im Unternehmen zu füllen, stetig gestiegen. Mittlerweile dauert es im Durchschnitt 52 Tage, einen geeigneten Kandidaten für eine offene Stelle zu finden. Das kostet bares Geld. Denn nicht nur der Recruiting-Prozess ist teuer. Solange für eine Position kein Ersatz gefunden wird, bleibt der Platz am Schreibtisch leer, was zu großen Einbußen für das Unternehmen führen kann. Ziel eines Unternehmens ist es daher natürlich immer, eine Stelle so schnell wie möglich wiederzubesetzen. Doch die Wahl des geeigneten Kandidaten kann mühselig werden. Schließlich müssen nicht nur die Qualifikationen stimmen, der Bewerber sollte auch zu den Werten, Normen und Einstellungen des Unternehmens passen. Der sogenannte Cultural Fit ist essentiell für ein gesundes Klima am Arbeitsplatz. Doch bis der geeignete Arbeitnehmer gefunden wird, müssen in der Regel viele Frösche geküsst werden. Mal stimmen die Qualifikationen nicht und mal passt der Bewerber einfach nicht zum Unternehmen. Und so zieht sich der Bewerbungsprozess immer weiter in die Länge. Dabei muss das gar nicht sein. Hier kommt das Recruiting-Video ins Spiel. Mehr als 50% der Unternehmen, die ein sogenanntes Recruiting- oder Employer-Branding-Video einsetzen, stellten fest, dass sich der Recruiting-Prozess deutlich verkürzt hat. Außerdem konnten auch die Hiring-Kosten minimiert werden. Doch wie genau kann ein Recruiting-Video ein Unternehmen im Recruiting-Prozess eigentlich unterstützen? Warum funktioniert es so gut? Hier sind 5 Tipps, wie ein Recruiting-Video Ihren Recruiting-Prozess unterstützen kann. Nummer 1. Mit einem Recruiting-Video können Sie Ihr Unternehmen authentisch darstellen. Ein Recruiting-Video bietet eine genauere und intimere Darstellung des Unternehmens und ermöglicht es, den Bewerbern Werte und die eigene Unternehmenskultur besser zu präsentieren und somit das eigene Imagebild zu kontrollieren. Mit einem Employer-Branding-Video ist es möglich, die Unternehmenskultur und Büroatmosphäre auf eine Weise darzustellen, wie es mit Worten und statischen Bildern gar nicht möglich wäre. Auf diese Weise erhalten Bewerber einen tieferen Einblick in die Struktur und Kultur des Unternehmens und können im besten Fall bereits abschätzen, ob die Unternehmenskultur zu den eigenen Werten und Einstellungen passt. Das spart wertvolle Zeit im Recruiting-Prozess. Denn so bewerben sich nur solche Kandidaten, die den Cultural Fit als gegeben sehen. Recruiting-Videos stellen eine interessante Möglichkeit dar, um die Markenbotschaft eines Unternehmens zu kommunizieren. Sie ergänzen auf moderne Art und Weise die sonst gewöhnlichen Stellenausschreibungen. Wenn interessierte Kandidaten ihre Karriere-Website besuchen, suchen sie nach Möglichkeiten, mehr über ihr Unternehmen zu erfahren. Sie versuchen, so gut es geht herauszufinden, wie es ist, für ihr Unternehmen zu arbeiten. Dafür eignet sich ein Recruiting-Video bestens. Präsentieren Sie Ihre Unternehmenskultur. Platzieren Sie Mitarbeiterreferenzen. Geben Sie Einblicke in alltägliche Aufgaben. Oder zeigen Sie Ihre schönen Arbeitsbereiche. Durch die authentische Darstellung des Arbeitsstils eines Unternehmens wird der für das Unternehmen passende Kandidat angesprochen und die Verbindung zwischen Bewerber und Unternehmen effektiv hergestellt. Nummer 2. Mit einem Recruiting-Video erreichen Sie mehr Leute. Ein Recruiting-Video muss aber nicht nur auf der eigenen Website platziert werden. Zunächst einmal müssen Bewerber wissen, dass ein Unternehmen überhaupt offene Positionen hat. Da die meisten Jobsuchen online beginnen, erfordert eine erfolgreiche Kampagne, dass Ihre Stellenanzeige gut sichtbar aufgeführt wird. Dafür können Anzeigen gesponsert werden, was allerdings mitunter teuer werden kann. Ähnliche und noch bessere Ergebnisse können Sie erzielen, wenn Sie Ihren Recruiting-Content optimieren. Hier kann ein Video der beste Freund des Recruiters werden. Denn Videos lassen sich besonders auf Social-Media-Kanälen gut verbreiten. Videos sprechen an. Mit Videos werden Emotionen erzeugt und eine Verbindung zwischen Personen aufgebaut. Daher werden sie online besonders häufig geteilt. Die Zahlen sprechen für sich. Mit Social-Videos werden 1200% mehr Shares generiert, als mit Text und Bild kombiniert. Durch den Einsatz von Videos erweitern Sie Ihre Audience also gravierend und haben somit höhere Chancen, den zu Ihrem Unternehmen passenden Kandidaten zu finden. Nummer 3 Mit dem Einsatz von Videos werden Sie interessanter für Google. Google liebt Videos. Und da die organische Sichtbarkeit der eigenen Website noch immer zu den wichtigsten Traffic-Treibern zählt, ist ein gutes Google-Ranking von enormer Bedeutung. Ein Teil des Google-Algorithmus für Such-Rankings berücksichtigt die Zeit, die Besucher auf ihrer Website verbringen, die sogenannte Verweildauer. Das bedeutet, je länger Besucher auf ihrer Seite verweilen, desto besser für Ihr Ranking. Laut einer Erhebung von Forbes wird diese Verweildauer durch den Einsatz von Videos um sage und schreibe 88% erhöht. Und was glauben Sie, was das für Ihr Ranking und somit für die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens bei potenziellen Bewerbern bedeutet? Nummer 4 Videos sind besonders bei der neuen Generation von Talenten beliebt. Auch beim Recruiting schläft die Zukunft nicht. Daher sollte das Suchen und Finden von jungen Talenten unbedingt zur Rekrutierungsstrategie gehören. Andernfalls fallen sie hinter anderen Unternehmen zurück. Der Einsatz von Videos ist ein wichtiger Teil dieser Strategie. Denn insbesondere die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen wird von Online-Videos angesprochen. Diese Kandidaten sind technisch versierte und visionäre Mitarbeiter, die ihr Wachstum beflügeln und Innovationen vorantreiben, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Untersuchungen an Millennials zeigen, dass 54% der US-Millenials YouTube täglich besuchen. Kombinieren Sie das mit der Tatsache, dass täglich 100 Millionen Stunden Videocontent auf Facebook angeschaut werden und dass Instagram mehr Nutzer als Twitter unter den 16- bis 44-Jährigen hat, so kann niemand leugnen, dass Social Media und Videorekrutierung die besten Wege sind, die Generation Y und Z anzulocken. In wenigen Jahren werden Millennials fast die Hälfte der Arbeitskräfte ausmachen. Bis 2030 werden es 75% sein. Das bedeutet, dass sich Rekrutierung-Efforts unweigerlich auf diese Generation konzentrieren sollten. Dafür müssen jedoch die alten und traditionellen Rekrutierungsstile ersetzt werden, durch trendige Mittel wie etwa dem Einsatz von Videos. Nummer 5 Mobile-Nutzung wächst Videos funktionieren auch auf kleinen Screens. Die Nutzung von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets wird immer beliebter. Auch in der Stellensuche ist dieser Trend zu beobachten, wie die Google-Studie Our Mobile Planet Germany herausfand. Laut dieser Studie haben bereits 14% der Mobile-Nutzer über die Google-Suche nach Stellen recherchiert, Tendenz steigend. Dem müssen sich auch Unternehmen anpassen. Denn wer mobil surft, der bevorzugt andere Inhalte, die auf das jeweilige Endgerät angepasst sind. Niemand hat Lust, auf einem 4-Zoll-Display ellenlange Texte durchzulesen und mit den Fingern ins Unendliche zu zoomen. Hier eignen sich Employer-Branding-Videos ganz besonders. Bewerber können bequem unterwegs interessante Bewegtbild-Inhalte anschauen und so mit dem Unternehmen auf bequeme Art und Weise vertraut werden. Möchten Sie zukünftig Recruiting- oder Employer-Branding-Videos in Ihrem Unternehmen einsetzen? Dann ist der erste Schritt zum eigenen Video die unverbindliche Beratung durch ein Unternehmen, das auf die Erstellung von Recruiting-Videos spezialisiert ist. So können Sie einfach und unkompliziert erörtern lassen, welches Videoformat das richtige ist, um Ihr gestecktes Ziel zu erreichen und somit genau die Bewerber, die zu Ihrem Unternehmen passen.